So, Hallöchen, meine lieben Freunde, es geht weiter, neue Folge, die Mamas Online, direkt in Tausender Booster rein, die letzte halbe Stunde beginnt jetzt, die letzte halbe Stunde beginnt, und ja, es geht los. Wir haben aufgehört mit 32%, und es geht auch direkt weiter, keine großen Reden hier, wir boosten wieder, und let's go, mal gucken, ich werde demnächst mal ein paar Monsterkarten klatschen, für Digikore, mal wieder, damit wir mal, meine anderen Digimon-Clone können, weil ich hab, glaub ich, grad mal drei Digimons nur mit ner 12-12-Aura, ja, ich weiß auch nicht, wieso, wird schon so viele machen können, aber einfach keinen Bock gehabt. So, wir könnten uns jetzt rein theoretisch Zeit lassen, aber nein, wo fahren wir denn die Booster? Ich weiß, ich hab noch 1000 Booster, also noch so viele Booster, aber, ähm, jetzt so verschwenderisch damit umzugehen, also nicht schnell machen, das ist dann auch wieder sinnlos. Ich versuche schon jetzt, äh, das schnell zu machen, denn wir wollen ja schnell vorankommen, und, ja, wir schaffen das schon. Wir haben nämlich jetzt schon wieder 50%, Temer-Level auch 50%, sehr gut, geht also Ruki-Zuki, Ruki-Zuki im Katuki. Das Ding hier auch, also, wenn die so weiter spawnen, ey, das ist gut, müssen wir nicht so lange warten, der droppt nix. Aber da sind mir zu viele Lieder, also, ich könnte die 2 Uhr machen, aber, nö, natürlich, kommt der jetzt zu uns. Aber er hat uns nicht gesehen, ey, bumm, bumm, 50% haben wir jetzt, jetzt 51, ey, er gibt noch ein bisschen Geld. Oh, noch 24 T, da, ach, noch 24 M, dann haben wir ja 11 T, yay. Wie viele Eierschalen haben wir denn schon wieder? 59, ja, das gibt 100 Pro, über 24 T. Also kann ich mir vielleicht ein Keramon kaufen. Oh, 4, 5. Auf jeden Fall geil. Oh, hier, Imperial-Dramon hat 71 erreicht. Und wir haben gleich 70 erreicht, was unnormal geil ist. Level 70 haben wir gleich, schalalala. So, also, manchmal one-hitten wir die, manchmal nicht. Keine Ahnung, wieso. Aber jetzt spawnen die auch so scheiße. Da sind schon wieder welche. Also gehst du da hin, sind sie weg. Kommst du wieder hin, sind sie wieder da. Eieiei, so, jetzt hauen wir hier mal alles kurz und klein, ein paar Sekunden. Würde ich sagen. Wo drauf, da. One-Hit. Da alles weghauen. Alles weghauen. Aber der hat überlebt. Dann gibt es hier auch nochmal eine. Dann machen wir hier so eine Chicken-Combo. Gibt hier auch nochmal einen drauf hier. Gibt hier auch nochmal. Und der hier. Aber der hat doch gesessen. Das hat gesessen, gesessen. Wir haben jetzt 40% in 4 Minuten gemacht. Ne, wir haben bei 30 aufgehört. Doch, 40%. Krass. Also es geht doch schneller irgendwie, ne. Wenn die Mobs mal so nebeneinander sind. Ja, und Chicken-Combo, das können wir ja kaufen noch. Falls die ausgehen. Aber egal. Die sind ja nicht so teuer. Bam. Und die spawnen hier immer gut. Falls ihr auch Fragen habt. So zum Beispiel. Wo level ich mit Level so und so. Sagt einfach Bescheid. Dann kann ich euch sagen, wo ihr da am besten leveln könnt. Bis 90 weiß ich das. Müsste einfach nur Bescheid sagen. Dann versuche ich da zu helfen. So gut wie es geht. Da bin ich gerne dabei. Mich zu helfen. Wenn ihr auch bei mir auf dem Server seid. Auf Barbermon oder so. Und ihr wollt mal mit mir leveln. Dann sagt mir Bescheid. Und dann werde ich euch anschreiben oder so. Und dann können wir auch mal zusammen leveln. Denn so ist es auch viel cooler eine Party zu finden. Schneller eine schnell eine Party zu finden. Vor allem. Und die auch voll zu machen. Wenn wir da mehrere Leute sind. Ist ja auf jeden Fall richtig korrekt. So 80%. Wir kommen in unserem Ziel immer immer näher. Und sogar früher. Das sei ja auch das coole. Das ist nämlich das coole. So würden wir jetzt generell. Unsere Skillpunkte auf unsere F1 verlegen. Würde glaube ich. Ähm. Würde glaube ich. Unsere F1 wollen hinten. Also so gut wie wollen hinten. Weg. Und nächster. 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 Aber da sind wieder viele. Wir holen bei uns. Alle. Alle holen bei uns. Aber jetzt wollen wir hinten. War bei hier oder was? Jetzt wollen wir hinten. War hier oder was? Mein Gott. Geht halt ab jetzt. 88%. Scherküt. Scherküt. Meine Chicken Combo. Und dann war es das auch. Und wir haben noch so viel Zeit. Ein Part kommt dann noch. Locker 71. Bei 2 bis 2 bis 2 bis 72 bin ich jetzt skeptisch. Da denke ich da. Wird nichts passieren. Bim 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 b ein paar jedoch ab acht minuten erst aufgenommen krass wie schnell der skill hoch geht so viele skill points unsere f2 wird gleich normal werden stimmt es hat so ein normaler schwer typ oder so richtig geil ist von den dingern haben wir genug man sammeln war die auch richtig schnell drei lieder hier aber die machen nix da machst du nix denn da ist ein level ab gibt sie und gleich gibt es eine neue aura auf 1 oder ist jetzt schon da weiß ich gar nicht das jetzt schon die neue aura ist ein jahr ist hier voll schlecht so ein level jetzt noch da würde ich sagen das schaffen wir noch locker easy zack alles weghauen was geht wir haben ja genug an cooldown an das nicht alles äh das ist oder ich jetzt gar nicht nutzen müssen egal egal macht sie nix und war mal 1164 und hp fast 4k geht ab wie sagen geht ab und schon wieder 12 prozent ach ja ich freue mich ich freue mich freue mich aber nochmal wöcker man los er ist sie weg er ist sie alle weg wir haben jetzt schon wieder 20 prozent und da ist noch ein ok 20 prozent noch 28 prozent noch 20 prozent schon so meine ich das ach wir haben jetzt gleich schon unsere 11 t hat ging ja schnell ich finde das so hammer schnell das eigentlich geht wenn man die mittel dazu hat party läuft auch richtig richtig gut und wir haben 24 drei minuten geht der partner dann kommt nämlich der letzte für heute die letzten 15 minuten wir waren wechseln wir mal von 67 wo wir angefangen haben aber was hat denn hier geblinkt war das da kann so ein geräusch zum blinker ist eine ahnung das war ich weiß nicht ob ihr das auge gehört habt bing 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 ich kann bohr in the waking mode wahrscheinlich so sieht das aus wenn man best modus freischaltet dann kommt auch eine meldung finde ich auch cool oh hier der er heißt da machine ram on burst modus mode hart level 74 erreicht der kleine schlawiner monster card level 6 haben wir 14 stück aber verkaufen weil ich finde die level 6 hätte nicht sogar auf jeden fall auf jeden fall gibt es bessere auf jeden fall gibt es bessere weg damit so ich kann euch eins versprechen ich denke mal dass wir dann in der nächsten session wenn ich die nächste vier parts session mache dass wir auf 75 kommen werden hoffe ich einfach mal wäre auf jeden fall richtig geil dann können wir nämlich schon also vier bis fünf parts wird auf jeden fall hier noch gehen bei volcamon da kommen wir leider nicht drum herum ein inventar ist voll oh man scheiße ich will jetzt irgendetwas wegschmeißen hier besser auf die random box so weil die gegen kohle die eggs auch die monster karten boxen nicht oh ok leute dann würde ich sagen was ist für diesen part und wir sehen uns im nächsten mal wieder von die gemo masters online tschüss tschüss